ja und willkommen zu meinem video zu einem jahres rückblick videos auf 2014 ja ich auch letztes jahr so ein video gemacht mit hier blablabla hier wie war fazit und so weiter hier fazit aus einem jahr youtube so fazit nach zwei jahren youtube zuerst mal mit erfolg mäßig diesmal gegen der erfolg unter denn ich habe mit einem großen projekt aufgehört was mich eigentlich groß gemacht hat weil ungefähr jetzt einmal nur knallerte fakten irgendwie 650 abonnenten 2013 insgesamt gemacht oder so und jetzt dieses jahr 80 stehen gerade 80 monaten sind jetzt dazu gekommen dass wir auch nicht stört ich bin sogar ganz gut wenn man die wenn es jetzt nicht so ganz krass steiler bergauf geht ich finde es gut dass ich jetzt werde wir so eine kleine bremse gehabt dieses jahr war ungefähr schwerste youtube jahr und auch eins der schwersten jahr überhaupt hier war es mir so bei einer schule besonders gut habe das dann geschafft ging das alle wieder frotty karotty jetzt alles wieder super ich habe da die ganzen tollen prüfungen geschafft hier habe ich ab und zu aber ich habe eine richtig nachdem ich mit blut was aufgehört habe habe ich wirklich die motivation mit youtube eigentlich mehr oder weniger verloren habe dann mehr oder weniger nichts gemacht so wie in sommerferien und dann auch danach mehr oder weniger ich hatte keine lust zu ändern und so weiter und so fort und dann habe ich bin ich auf andere programme umgestiegen ein glück weil die sind einfach viel besser ich empfehle jeden der jetzt gerade mit camtasia arbeitet auf sony vegas umzusteigen das ist einfach lecker ja wie kann das lecker sein schmeckt so gar nicht und ja mit den videos ich gucke gerade hier in den jahren video manager falls ist falls mich falls jetzt alles korrekt angezeigt wird aber ich auch mit diesem jahr damit angefangen äh let's play together was zu machen mit meinem lieben kumpel neffelsts der ist mir so richtig ans herz gewachsen wirklich das ist einer der geilsten ein wirklich hier es ist gerade 26. März auch wie angefangen mein brody mit ihm das diablo 3 letzte machen boah ich mag diesen typen versuch dermaßen ich feiere den auch seine videos habe einige projekte gemacht wie sehe ich gerade loadout habe ich schon eine folge gemacht wollte ich irgendwann weiterführen als ersatz für brickforce ja ich habe dann trotzdem ein paar briggs folgen gemacht ich sehe gerade ich habe es hier so weiter und so da gab es auch noch wie heißt es fußball wm weil es da tun tauren wie bitten und tun dann online und so weiter was gab es ja noch er wieder tragen soll ich dann richtig krass angefangen tropico 5 pt wird irgendwann weiter geführt wird hoffentlich dann auch ein brett vor da noch ja also muss sagen aus zwei jahren youtube habe jetzt nur so noch mehr leute gewünschte coole leute kennengelernt auch hier ist es hier das topico 5 pt mit vier leuten ist auch ganz cool dann habe ich noch hier hat so 666 die zahl des satans teufels die habe ich auch gelernt konnte auch sogar ab und zu mal über den reden wie heißt ich habe seine bubble stunden wie sein es ist so live streams die wo er redet mit facebook und so und auch ganz in ordnung sind auch ganz cool so ein film freundagabend ganz in ordnung dann ein gewinnspiel auch etwas gewonnen aber es ist egal es ist und dann noch mache dort dann habe ich auch irgendwann mal gefunden und der ich kenne immer noch das eine kommentar was mir geschrieben hat ich blende jetzt einfach mal ein ich weiß jetzt nicht auswendig egal hoffentlich habe ich es noch ja vielleicht noch so ein ja egal ja muss sagen wird noch ein weiteres jahr youtube war nicht schlecht hat spaß gemacht so vom erfolg jetzt nicht so viel spaß aber naja das muss jetzt sein ich hoffe mir dass fürs nächste jahr 2015 dass ich so richtig durchstarten kann hoffentlich einen geileren pc bekommen damit das rennen an alle schneller gehen und so weiter und bessere leitung ja das hoffe ich und ich hoffe dass wir das video auch noch am zweiten ersten hochgeladen bekomme schnell noch gerendert so ich hoffe das ist genügend ja das ist super und ich bedanke mich auch an allen fans die mich bis jetzt begleitet haben ich danke euch ihr seid beste ja und dann hoffe ihr hattet einen guten rutsch alle geschenke und bleibt gesund und munter ciao das war es mit mir und normalen dank an alle ciao